Hallo, ich bin Katrin, ich bin Hanzhou und wir sind Bichstats! Mein Name ist Astrid Kau und ich bin Bibliothekarin der Stadtbibliothek Mitte. Ich fahre einen der drei Bücherbusse der Stadtbibliothek Mitte und damit besuchen wir Schulen und Kindergärten hier in unserem Bezirk. Viele Menschen besuchen unseren Bücherbus und das ist auch ganz toll so. Es sind ganz kleine Kinder dabei im Kindergartenalter bis hoch zu den großen Erwachsenen. Und wenn man sich jetzt den Eingangsbereich hier anschaut, sieht man schon, dass wir ein kleines Problem haben. Das Geländer reicht leider nicht bis unten hin, sodass sich die kleinen Kinder im unteren Bereich gar nicht irgendwo festhalten können. Das kann gefährlich werden. Dann haben wir hier ein Geländer, was in der Mitte so schön offen ist und das verleitet natürlich Kinder dazu, da drin rumzuklettern oder sich da raufzusetzen. Das ist ganz natürlich, aber natürlich auch gefährlich, weil sie könnten ja hinten überkippen. Und für dieses Problem suchen wir dringend eine Lösung. Erstmal eine Taube, aber dann waren unsere Ideen zu technisch und wir hatten die Kinder eigentlich vergessen. Wir sollten etwas entwickeln, das nicht nur VK Sicherheitsproblem löst, sondern auch für Kinder ansprechend ist. Dann versuchten wir, eine mehr gestalterliche und auch spielerische Lösung zu finden. Die Knoten helfen nicht nur aus Verbindungen, sondern auch aus Stufen auf dem Gelände, um sich besser festzuhalten. Mit diesen Verbindungen, dann wäre es gut, wenn es so perfekt da hängt. So ist es der Schau. Wie finden Sie das? Wenn es so auf an der Haake geht? Ja, genau. Irgendwie so noch so drüber, genau. Dann kommen die da nicht mehr durch. Zwei, eins, vier. Zwei, zwei, drei. Ich bin von dem Ergebnis total begeistert. Diese Konstruktion verhindert jetzt, dass die Kinder hier durch das Geländer durchklettern und können so nicht mehr herunterfallen. Diese Seile hier unten sind hervorragend geeignet für die kleinen Kindergartenkinder. Die können sich jetzt nämlich bis unten hin hier festhalten und fallen auch nicht mehr die Treppe runter. Die Kinder sind begeistert, weil sie etwas Buntes finden und anfassen können, überall Möglichkeiten haben, sich festzuhalten. Die finden es also ganz klasse. Und auch die Lehrer, Erzieher, Eltern sagen, das ist wunderbar, weil es jetzt viel sicherer ist und auch einfach viel schöner aussieht. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, was hat mir gefallen? Tschüss. Tschüss.